Ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir für euch. Ich bin Ivi Kappler, Energetikerin, medialer Coach und Bewusstseinstrainerin und heute spreche ich über die Zeitqualität im Frühling, also jetzt im April und das wird sich noch in den Mai hineinziehen. Und ich habe meine Fühlerchen ausgestreckt, bin mal reingegangen. Es waren sehr starke Tendenzen da. Einiges ist auch sehr unterhaltsam, dass was passiert. Und doch spüren wir immer noch so eine aufreibende Energie und ein leichtes Zögern, ein zaghaftes Zögern. Auf dieses gehe ich gleich ein. Ja, ich spreche über die künstlichen Felder, das Sammeln der menschlichen Kollektive vor einer Art imaginären Wand. Also es ist so eine Nebelenergie, auch gerade im Kollektiv, wo sehr viele Menschen hinstreben. Und dann geht es weiter und das betrifft unsere traumatischen Ablösungen, die Traumata, die weiter hochkommen wollen, die erledigt werden wollen. Und da spreche ich speziell über das erste Chakra und die Wirbelsäule. Denn aktuell ist hier sehr viel in unserer Wirbelsäule, in unseren festen Strukturen unterwegs. Und das ist auch tatsächlich übergreifend, also kontinentübergreifend, habe ich das wahrgenommen. Das ist jetzt kein Phänomen, was sich auf bestimmte Regionen bezieht, sondern das ist ein Prozess, das bei allen Menschen hier auf der Erde aktuell läuft. Ja, ihr Lieben, wie immer, nehmt nur das mit, mit dem ihr verschmelzt, mit dem euer Herz resoniert. Vielen Dank für die Herzchen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach drunter. Und ja, ich freue mich über Kommentare und Likes und starte jetzt gleich mal durch. Ja, der Frühling ist eingekehrt. Welch Schönheit und auch Blüte, die damit kommt. Und die, die mich beobachten, ihr habt vielleicht mitbekommen, dass ich gerade woanders war. Ich war im Indischen Ozean unterwegs. Dort gibt es diese Jahreszeiten nicht sehr spannend, denn ich habe eben den Äquator überquert. Und da kriegt man übrigens eine Urkunde, wenn man das tut. Und dort ist man in ganz andere Felder eingebunden. Ist klar, es gibt Länderfelder, kollektive Felder, die einfach, ja, religionsbedingt zusammenhängen. Denn wir haben ganz, ganz viele verschiedene Felder, in denen wir uns hier bewegen. Und natürlich haben wir künstlich erschaffene Felder. Und künstlich erschaffene Felder sind alle großen Städte. Alles, was künstlich kreiert wurde, was uns in irgendeiner Form auch in einer Ablaufbahn hält. Wobei ich hier sagen kann, die Natur erschafft jetzt nicht mit Absicht irgendein Feld, sondern es ist der Gleichklang. Es ist diese göttliche, kosmische Balance, in der die Natur eingebettet ist. Und da ist eben noch alles im Einklang, beziehungsweise im Gleichklang miteinander. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, wenn wir mal in den Wald gehen, an die Seen, wenn wir im Urlaub sind mit sehr viel Natur, am Meer, an felsigen Ortschaften, überall da, wo Berge sind, ist auch eine ganz, ganz andere Energie unterwegs. Und das erschafft die Natur. Doch wenn wir uns dort so eingeflochten fühlen, dann merken wir, was das für eine Symbiose ist, diese Wirkkraft, in der wir plötzlich ein Teil dieses Ganzen Großen sind. Und das sind wir immer, doch ich sage jetzt mal in den Städten, spüren wir es weniger. Da spüren wir ein anderes Ablaufsystem, in dem wir uns irgendwo auch mit einreihen und dann zu Teilen natürlich auch funktionieren. Wir haben jetzt seit dem Neumond mit der Finsternis eine Veränderung im Feld, die für viele sehr spürbar ist, die nach wie vor durchdringt. Und was ich, wenn ich mal hier eben geguckt habe, wie sind gerade die Ströme auf der Erde? Was passiert? Was passiert mit dem menschlichen Kollektiv? So habe ich ja schon einmal darüber gesprochen, dass das Leuchten sich verstärkt hat, dass überall hier Menschen, die Leuchttürme sind, die auch, wenn wir von oben drauf schauen, sichtbar sind. Also da ist viel Bewegung. Es gibt viele Regionen, wo Zusammenschlüsse stattgefunden haben, wo die Energiequalität viel, viel höher ist als vielleicht an einem sehr bevölkerten Ort mit sehr, sehr vielen Menschen, mit sehr viel Fremdsteuerung oder Übersteuerung. Und das ist klar. In der Natur haben wir immer dieses Phänomen, dass wir uns plötzlich wie angeknipst fühlen. Wir fühlen uns ausgeruht, frisch. Das macht die Luft, das macht die ganze Interaktion. Deswegen ist die Natur so wichtig, weil der Mensch ist Bestandteil von ihr. Was jetzt gerade so durchdringend ist, wir haben den Frühling, er ist da und plötzlich ist dieses Zögern da. So eine zaghafte Energie, die ich bei vielen Menschen wahrnehmen kann. Es ist noch nicht die Bereitschaft da, sich völlig dem Frühling der Natur, dem Hinausgehen hinzugeben. Im Winter haben wir diese Rückzugsstimmung, können viel für uns überlegen, Kontemplation, Innenkehr. Und es scheint so, als ob viele Menschen noch nicht fertig damit wären. Als ob jetzt der Frühling viel zu früh da ist, wo es um das Erwachen geht, um das Rausgehen, das Neue kreieren. Und sich natürlich hier auch wieder einbetten in diesen Kreislauf der Zeit. Und das hat eben damit zu tun, dass zum einen diese künstlichen Felder stärker auf uns wirken. Sie lassen uns in einer Erschöpfung, in einer Schwere und auch einer Härte zurück, weil wir sehr, sehr viel absolvieren sollten, um eben Bestandteil zu sein. Also vieles, was wir ja tun in dieser Welt, ich würde mal sagen, 80 Prozent von den Dingen, die wir tun, die machen überhaupt gar keinen Sinn. Angefangen bei Steuern, bei, also es gibt sehr, sehr viele Themen. Das macht alles für den Mensch per se keinen Sinn. Das sind Systeme, ich nenne es ja immer schön in 4D damals geschaffen, die eben auf 3D und auf 5D noch zum Teil wirken, zumindest die Ausläufer. Und da wollen die Menschen ja raus. Und das ist ja auch das. Und wir merken auch mit der Rückläufigkeit des Merkurs auch so ein, ja so ein Zurückziehen, nicht in Schwung kommen. Und dieses Nicht-Bereit-Sein, ja, ist ja etwas, wenn wir es übertragen auf unser Leben, bin ich bereit zu leben, ja, bin ich bereit, wieder rauszugehen? Habe ich Freude daran, mich wieder zu zeigen? Kann ich in Interaktion gehen mit Menschen? Und wir arbeiten hier immer noch die letzten drei Jahre zum Teil auf. Politisch ist es wieder eine ganz andere Sache. Da wird ewig lang schon etwas auf- und abgearbeitet. Doch auch in diesen Feldern ist der Mensch eingeklinkt. Und das Wichtige und das, worum es mir geht, ist, euch auch einzuladen, wieder rauszugehen, wieder diese Stimmung der Harmonie wahrzunehmen. Weil nicht nur, dass wir zeitlich verzögert gerade agieren, sondern was sich auch noch zeigt ist, und das ist ein Thema, das zieht sich auch schon seit dem letzten Jahr, weil es eben darum geht, wir gehen in eine neue Zeit. Und natürlich können wir in diese Zeit gehen, indem wir Ballast abwerfen. Und das Wort Trauma, wenn ich das oft verwende, da schauen mich die Menschen mit großen Augen an. Also Trauma ist nicht immer ein sehr drastisches Erlebnis, sondern es gibt viele kleine Traumatisierungen, die durch Wiederholungen zu einem bestimmten Lebensmuster geworden sind. Und Traumatisierungen, Traumata, die auch auf körperlicher Basis stattgefunden haben, wie zum Beispiel über einen Autounfall ein Ruck, wenn mit unserer Wirbelsäule unserem ganzen Gefährt irgendwo eine Verschiebung war, dann speichert sich das ja in unserem Zellgedächtnis ab. Also alles Emotionale, Geistige, alles Metaphysische und natürlich Körperliches speichert sich in unserem Zellgedächtnis ab. Und das Interessante ist, dass in der jetzigen Zeitqualität unsere Wirbelsäule dran ist. Unsere Wirbelsäule gehört zum ersten Chakra. Lenden, Brust- und Halswirbelsäule. Und dann gibt es eben noch die zwei obersten Wirbel, also begonnen mit dem Atlas. Und in jedem Wirbel, und das darf man sich mal überlegen, wie perfekt und ja phänomenal unser Körper konzipiert ist, denn in jedem einzelnen Wirbel stecken bestimmte Themen. Und an diese Themen kommen wir gerade heran, weil es geht um eine Art Selbstbefreiung, sich aus alten Strukturen zu befreien, aus Schuld, Scham, Einschüchterung. Ja, auch dieses Gutmenschentum, wenn wir versuchen, Menschen zu unterstützen, wenn wir der gute Mensch sind, ich sage jetzt mal der Geber. Und dann gibt es so viele Nehmer. Und dann passt natürlich das nicht zusammen, weil ein Geben und ein Nehmen nicht im Einklang ist. Und all das manifestiert sich in der Wirbelsäule, in den Wirbeln. Und dann haben wir oft Schwierigkeiten begonnen, eben mit Kreuzbein, Steißbein, geht über die Lendenwirbelsäule. Im Brustwirbelsäulenbereich gibt es auch viele Blockaden, wo es auch um unser eigenes Leben geht. Dieses Ich Bin, ja, wer bin ich denn? Ja, wo will ich denn hin? Und dann natürlich noch die Halswirbelsäule, wo wir auch mit sehr, sehr vielen Themen, Lungen, Thematiken, Atemnot, also ich kann es jetzt natürlich im Detail, da würde ich jetzt sehr, sehr lange hier referieren, darüber sprechen wir unter anderem im Chakra-Workshop, was die ganzen Wirbel bedeuten und für was sie stehen. Doch hier sind diese alten Blockaden und die wollen raus. Es will raus, unser komplettes System will befreit und geklärt werden. Es möchte so viel in die Transformation kommen und auch das führt dazu, dass wir dieses zaghafte Wahrnehmen, dieses Ich kann vielleicht noch nicht so ganz am Leben teilnehmen, weil es so schwer ist, weil ich mich gerade nicht mit dem, was da draußen passiert, identifiziere, weil ich einfach nicht die Kraft habe. Da ist so viel Erschöpfung, ja. Da ist auf diesen tieferen energetischen Ebenen gerade so viel los. Wir sind in einem dauerhaften Umwandlungsprozess schon sehr, sehr lange. Und wenn diese ganzen Energien dann auch das Ventil nicht finden, dann steigen sie uns auch zu Kopf und dann kommen Kopfschmerzen dazu im Kopf. Die Energie, die sich angesammelt hat, bildet einen Stau und sie gehört ja gar nicht in diese Ebene. Sie gehört ja wieder weiter nach unten. Und da dürfen wir auch bewusst mit unserem Körper selbst sprechen und hier wieder eine Balance schaffen und Dinge tun, die eben auch mit unserem Körper zu tun haben. Weil es gab eine Zeit innerhalb der spirituellen Ebene, wo es sehr viel um die geistige Weiterentwicklung ging, das geistige Bewusstsein, welches nach Wachstum strebte. Und dadurch, ich sage jetzt nicht bei allen, doch dadurch bei vielen wurde der Körper vergessen, das körperliche Wohlergehen, das Gut für sich Sorgen. Und unser Körper ist unser Gefährt, unser Tempel. Unseren Körper dürfen wir mitnehmen. Unser Körper braucht Bewegung. Und oft ist es so, wenn wir erschöpft sind, dann haben wir den Wunsch, uns hinzulegen, vielleicht mal gerade eine Pause zu machen. Doch was hier besser funktionieren würde, wären somatische Übungen, leichte Bewegungen, fließende Bewegungen, die auch wieder unseren Körper in einem bestimmten Zustand der Harmonie bringen. Weil wenn wir liegen, dann hat es oft so diese Symbolik, ich liege, doch das System ist gestaut. Es kann vielleicht gerade nicht wirklich was abfließen, wenn ich diese Intention nicht mit hineingebe. Und hier dürfen wir wieder bewusst auf die Ernährung, auf unser Wasser achten und schauen, dass wir hier was Gutes abbekommen. Die Entgiftungsthematik steht weiter im Raum. Das wird auch so bleiben. Und wenn man eben rausschaut, bleibt da weiter dran. Entgiftet euch gut. Also es geht nämlich auch mit Koriander fabelhaft immer mal wieder Koriander pressen oder Koriander essen. Der wirkt sehr, sehr schön. Vor allem geht er ja auch durch die Blut-Hirn-Schranke und hat die Fähigkeit, Schwermetalle auszuleiten. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich hier Gutes zu tun. Vergesst euren Körper nicht. Er ist so wichtig. Denn es heißt ja, in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Und das ist Tatsache so. Denn wenn wir ein erweitertes Bewusstsein haben und uns gewahr sind, dass vieles von unserer Schöpferkraft abhängt, dass wir durch unsere Schöpferkraft steuern, dann können wir unseren Körper gesunden lassen. Weil der Körper schon sehr, sehr viel mitgemacht hat hier auf der Erde. Und das geht Stück für Stück. Es kann alles regeneriert werden. Und auch wieder in einen Zustand von damals zurückgesetzt werden. Ganz wichtig. Das können alles wir durch unsere Schöpferkraft antreiben. Und das erste Chakra, wo es immer, und ich erzähle es immer wieder, immer wieder gerne, im ersten Chakra sitzt die Basis. Das ist unser Fundament. Da geht es um das Vertrauen ins Leben, um das Ja zum Leben. Es ist wirklich das behütet, versorgt sein, das Urvertrauen, diese Stabilität, stabil zu stehen, stabil zu sein. Das ist dort drin. Und diese Stabilität ist bei vielen von uns ins Wanken geraten. Und natürlich haben wir dadurch auch körperliche Zimperleien, körperliche Themen, die sich in Form von Blockaden zeigen. Mir ist es immer wichtig, auch darüber zu sprechen, dass wir im Leben uns wieder ausdehnen dürfen. Wenn eine Energie irgendwo blockiert ist, dann ist sie gestockt. Dann ist es wie Wasser fließt immer. Energie fließt auch immer. Wenn Energie nicht gut fließen kann, dann bildet sich ein Herd. Das ist klar. Das ist bei allem so. Und meine Einladung ist, wieder rauszugehen, teilzunehmen, sich auszudehnen. Und wenn ihr einfach im Moment noch so das Gefühl habt, ich kann es gerade noch nicht, dann dehnt euch von eurem Geist aus. Versucht in diese Felder hineinzugehen. Verbindet euch gedanklich mit der Natur. Nehmt so am Leben teil. Geht komplett in die Expansion, damit das menschliche, ja, dieses Gefühl der Mensch, ja, wir sind Teil der Natur. Die Natur möchte uns auch dabei haben. Ja, wir sollen sogar dabei sein, weil eben etwas sehr Herausragendes passiert. Ihr könnt auch eure Schöpferenergie befreien, indem ihr euch das auch sagt. Ich befreie all meine Schöpferenergie. Ich hole all meine Energie zurück, die mir irgendwann mal geraubt und gestohlen wurde. Da gibt es viele Sätze, die man nutzen kann. Fordert eure Energie zurück. Ich hänge unter dieses Video auch noch eine Datei, wo es um die Löschung des Urvertrags geht. Und das macht auch nochmal ganz, ganz viel aus, dass wir uns von bestimmten Feldern lösen und auch dort gar nicht mehr mit hineingehen, weil wir wollen in das Schöne gehen. Wir wollen mitschwingen. Wir wollen im Gleichklang sein. Und dazu gehört, und wir haben schon viel, viel uns die Schmerzen angeschaut und immer wieder. und irgendwo ist es jetzt auch so, wir wissen es. Wir wissen darum. Viele wissen darum, was hier auf der Erde passiert. Und wenn das Wissen darüber da ist, dann kann die Veränderung entstehen. Wenn ich ein Unwissender bin und nicht tief genug hinsehe und Dinge sich mir nicht erschließen, dann kann ich auch keine Veränderung sein. Wir können bewusst durch unsere Beobachtung, durch unsere Auffassungsgabe, wenn wir etwas wahrnehmen, können wir die Veränderung einleiten. Und nicht jeder ist dafür geschaffen, überall hinzusehen. Das meine ich jetzt nicht, dass wir hier in die tiefsten Gräben sehen, sondern wenn wir etwas ahnen. Und hier dürfen wir uns gut mit unserer Intuition verbinden. Denn viele haben eine sehr gute Intuition, eine sehr gute Ahnung, was hier vonstatten geht. Und wenn ich das weiß, dann kann ich es verändern, indem ich die Veränderung bin. Und so geschieht auch der Wandel. Ihr Lieben, Wir haben hier noch im April ein paar spannende Konstellationen. Wir haben noch einen Vollmond im Skorpion, der sehr konzentriert kommt, sehr in die Tiefe kommt. Der steht in Spannung zum Pluto. Und da kann es sehr kraftvoll zugehen untereinander, sehr intensiv und emotional werden. Und dieser Vollmond bildet dann auch den Abschluss für diesen Monat, weil nach dem Vollmond dann auch wieder der Merkur auf Spur läuft und wir diese Phase überstanden haben. Und wir befinden uns ja dann auch schon im Stier, im Erdzeichen. Und dann wird das Ganze etwas sinnlicher, etwas leichtfüßiger. Und wir bekommen wieder vielmehr die Freude, in die Natur zu gehen. Also einmal ist diese astrologische Stagnation dann weg. Und trotzdem bitte ich euch, überprüft mal, was hindert euch? Also was zieht mich zurück? Es ist schon die interessante Frage für sich selbst, sie zu stellen, zu schauen, was blockiert mich tatsächlich? Was limitiert mich, damit ich weitergehen kann? Das ist schon interessant, seine eigenen, nicht selbst sichtbaren Grenzen zu kennen und auch zu spüren, was ist da für ein Gefühl dahinter, wenn ich noch nicht die Bereitschaft habe, mich jetzt hier wieder voll ins Leben fallen zu lassen. Sind es Versagensängste? Sind es gewachsene Ängste? Ja, oder auch ein bestimmter Kontrollverlust? Was steckt dahinter? Jeder Einzelne hat ja seine Themen. Wir dürfen diese Themen anschauen und oft ist das Thema ja dann auch schon viel, viel leichter zu bewältigen, wenn ich erstmal weiß, worum geht es hier eigentlich. So ihr Lieben, das war es kurz und bündig. Habt einen wunderschönen April. Seid gesegnet von Herz zu Herz. Eure Evie, bis dann.